Episode 5 Completing the mission Ok Jetzt können wir entscheiden wie wir einen infiltratigen DR-Ship und einen fliegenden Komplex uns entschieden haben Government Supported Private Investigator Pure Blood Thief Relentless Bounty Hunter Rapidly Promoted Executive Cost inmates presume that we betrayed Ich würde mal sagen das nehmen wir auf jeden Fall Das fand ich das neueste Ending Und dann nehmen wir das hier nochmal Ich glaube das werde ich einfach das werde ich einmal durchspielen und da alle Möglichkeiten ausspielen das ist ja das hier mit allen Endings nochmal das ist ja Wir spielen das einmal so durch Das war's Das war's Das war's Das war's Ja schwe Invest Self Wir hinterlassen Well, it is the least we could do. He is helping us out. Good. Let me fill you in on the details when we get into the air. Mm-hmm. Gaming Top Hat's moving on. Alright, so what's left of the Top Hat Clan is set up some sort of secret base out in the jungle. Seems like they're planning on launching some kind of space station into orbit. They'll be sitting pretty if they pull this off, so we gotta make sure that they don't do that. I talked to the General and he said he's pulling out all our main forces. He said that Henry and I made a good team last time, so I trust that we can pull it off. Henry and I make a pretty good team too. Don't count me out. Then we're gonna make a great squad. The three of us, we'll have no problems completing the mission. Why did you stay like that? I think that we have to play at least two times. We'll see what we're doing. It looks like we could win when the Top Hat's end with the Top Hat's end. so that's the point. We'll see what's up again, so. Yeah, however, we'll see how we all can do that. We're going to take a look at the end of the road. So we're going to have a new unit of the бедian. We want to see what's up again. We can see how we can do that. We're gonna go to the Top Hat's end with the heads. mit einem laserjet ins hauptquartier der top hats an der lade rampe die mit einem cocktailschirmchen mit dem riesen cocktailschirmchen mit auf den tower ablassen oder mit einem paraglater auf die wissenschaftsbasis hier unten okay ich denke wir versuchen uns erst mal hier mit paar blättern das wird ich mal versuchen mission failed nun ganz ok es war der falsche weg tut das der szenen zu gehen das heißt ich muss erst mal hier hin und uns waffen besorgen könnte keine schlechte idee sein ok wird jetzt einfach mal eine minecraft eine dörtebrücke bauen eine barrel oder eine swap ich baue mich damit mit erdblöcken rüber man kennt es ach ja minecraft gut setzt minecraft ja das sind die blöcke alle verdammter fallschaden schade hatten wir zu wenig dörte im inventar wann hätten wir einen 64er stick dörte einpackt das ist ja muss man mal dran denken bis man ein bisschen mehr einpackt doch 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 Das ist ein Nets los Das ist ein Nets los Nice. Don't wait for soon... Diversion. A blank book. Get distracted. Classic. Classic. It's not a blank. Octophead Mario Preach. We have to do something before they get into orbit. We need to come up with a plan. Quick. Okay, Charles plan was always a good idea. He has always the dumbest ideas. Henry's plan, Henry's plan. Ah, Charles plan. Exactly that. It seems like you're gonna jump out and smash it with your head? No, no, with my helicopter. But you guys think I'm ready then? Hold on, I don't really understand. What's not to understand? It's simple. We fly the helicopter into the window. But, how does that help? I don't really think you get it. Henry, you get it, right? I guess I'm outvoted then. I think it's a little bit out of range now. This would have been an amazing job. I don't know if I'm too worried about that. I'm just done. A new course. Is that the autopilot? Alright then, let's bail. It's the mission complete. Okay. We're on. That's how we can do it. That was a lot of fun. You know, feel free to call us if you've got any more jobs to do together. Right, Henry? Okay, let's try something else. Let's try something else. Let's try something else to do. I don't want to do the ending. Let's try something else to do. Okay. 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 Uh. Okay. Let's try something else. Okay. Let's try something else. Let's try something else to escape. Okay. And let's try something else to escape. So we're on the train train, and we're in there. Okay. I'm not sure. I'm not sure. Wir haben hier noch alternativen Swap, haben wir noch nicht probiert. Phone Clim Down Swap Ja Ja Das ist Spaß Oh, ähm Ja Das ist eine lange Ein langer Weg Nur 20 Minuten bis wir fast sind. Oh nein Das ist schon so. Das ist schon so. Aber das ist schon so. Das ist schon so. Was ist denn da? Hände. 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 Wunderbar. Oh. So. Jetzt machen wir FUSION. Oha. Wer will challenge me? I'll take care of this. You think just cause you FUSED you're a match for me? Don't make me laugh. Enough waiting around. Oh. Tja. So schön es auch war. Don't break down. Oh. Da hat sich jemand keinen Bock auf Animation. Schon fehlt ein Gäste-Budget. Ich bin so an Out. Geil. Ja. Dann ist das der einzige Weg. Das Meme aufgegriffen. Ich glaube ich jetzt. Wir gucken uns noch mal. Was sind die das? Ich bin so. Ja. Ich bin so. Ich bin so. Ja. Jetzt bin ich jetzt. Ich bin so. Ich bin so, dass du jetzt. Hey, hey, hey! Hey, hey! Situation sordid. Ah, Leute, die Röcke sind launchiert. Wir müssen etwas tun, bevor sie in die Orbe. Wir müssen ein Plan kommen, schnell! So, wir müssen ein Plan kommen. Wir müssen ein Plan kommen. Wir müssen ein Plan kommen. Okay, Leute, hör auf. Ich habe ein Plan. Henry und ich werden die Fahrt überleiten, eine Explosion. Charles, wir brauchen Sie, um zu warten, um der Auxilierer exhaust, mit dem Vorwärts-Left-Booster. Wir haben nur 20 Sekunden, bevor es fliegt. Okay, ich hoffe, Sie sind bereit. Jetzt schnell. Wo ist er? Okay, ich bin in der Position. Wir sehen uns, Leute. Oh nein. Oh nein. Also, nur Henrys Plan ist hier. Zum Weg der Richtige. Okay. Dann würde ich mal sagen, ich würde gerne mal sehen, was passiert, wenn wir... Wenn wir mit... Wenn Henry der Leader des Top Heads ist. Und dann würde ich einmal hier den Weg nochmal nehmen mit... Und dann würde ich mal sehen, mit dem Geld. Ich bin Chef des Top Heads-Clans. ... 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 Das ist ein super akkurates Zieltreffer-System. Das sollte schon schief gehen. Die Schnauze weg. 500% perfekt. Helicopter... ...Monted Kennen... ... und Berendung. Jetzt kam er vor, ja. Ja. Okay. Flöte Revolver ohne Bumerang. Der klassische Revolver. Tut's doch immer. Ja. Haha. We are waiting till high noon... ...40... ...to shoot. Okay, Bumerang. Ja. Na toll. Oh, das ist da nicht performant. Flöte. Oh nein. Oh nein. Do I take... ...summon charge? Stay on them. Stay on them. Ja. Not gonna lie, das war ziemlich stylisch. Henry... Henry... ...ja. My good see just won't... ...do attack. ... ... ... ... ... Der Rocket ist launching in... ... 1 Minute. Uh oh. You guys need a ride? Don't let it get through, man. We've got company. Oh. Don't let it get through, man. We've got company. Eddie. Ja. Don't let it get through, man. We've got company. Okay. Das was Henry machen. Don't let it get through, man. We've got company. Henry. Three. Night, Henry. Wait, Henry's still down there. I'll keep the door open as long as I can. Come on, we gotta go. Gene Weather Cloud. Aber dann... Abandoned... Tape. Gene Weather. ... 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 Er wurde offiziell in der Top-Head-Klan getötet und hat die Rang als Rechtsanwalt gegeben. Ich und mein Rechtsanwalt waren Top-Operator in der Klan, befreitete mehrere succesvolle Operationen. Top-Head-Kling. Das ist doch fantastisch. So, hier haben wir noch... Wir müssen noch viel ausprobieren. Ich weiß nicht, ob wir alle schaffen, weiß ich nicht. So, hier. Helikopter, wir haben noch etwas von mir. Ja, sicher. Ja. Hier haben wir noch eine Alternative für Summonen. Oh, nein. Super-Power. Das ist über Schrei. Hast du die? In der Zwischenzeit haben die schon abgeführt. Ja. Ja. Und hier haben wir noch eine Möglichkeit. Ähm. Woher ich gehe? Äh. Ja. 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 Jetzt haben wir hier das Top-Ending für die guten und das Top-Ending für Top-Bed. Gut, was können wir noch etwas probieren. Also, wir haben beide Happy Ends mit... ...mit ihr. Also, die beiden Happy Ends sind eigentlich die besten Endings. ...mit Eddie. Oder wie die hieß. So. Jetzt müssen wir das nochmal mit Closed Inmate machen. Also, ich habe mich einfach ausgeschlichen. Dasselbe dann nochmal mit... Top-Head. Jetzt. Ich bin Eddie zurückgelassen. Das finde ich kein guter Link. Message to all recent players. I'm hosting a test for... Most recent message. This is a Code 12 broadcast. The remnants of the Top-Head Clan have been seen mobilizing near the Dogo Bogo jungle. Rumors are they are attempting to launch an orbital satellite of some kind. Unconfirmed reports are telling us they are shipping their assets by train to this base in the jungle. These assets include all treasures and artifacts they have stolen throughout the years. Now, these treasures are worth quite a lot of money, so we gotta make sure... One day until notch. Ah-ha. Areas of eigena... Of eigena... Eigene Weise hier. Magst du gut? Top-Head Box oder... ...the Push. Was ist der Busch? Der Busch Tompetbox Ist das sicher sicher? Nee Was ist das mit Kleinen das? Ja Wir machen Schuhe Ja, es ist schon Zeit Aha Wir haben uns rein gezaubert Wir haben hier Manipfian window Entschuldigung 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 Das Fenster Das hat jetzt nicht geklappt, oder? Ja Äh Hehehe Freightransform Freyscalier Hehehe Faulen Entwickler Hehehe Das für sie kurz Kurzartig Aha Infine Hier Store Anything In This group It's got Virtually Limitless Storage Okay Relief 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 Okay Okay Ein Staubsauger Natürlich hat der Staubsauger Hehehe Oh nein Der Staubsauger hat es gemacht Okay Okay Everyone Today is the day Why is it empty in here? Hehehe 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 Okay Okay. Let me stick with this code. Fenster. Ja. Hier, wir sind noch in der Leve Mode. So geht es um das. Alles in die Box zu verstecken. Einmal eine weite Maus aus der Box rausnehmen. Jetzt regnet das Schiff. Dann haben wir hier auf den Weg alles gemacht. Sind wir ja reich mit allen Schätzen des Top-Ed-Plans. So Top-Ed. Mit großen Image. So wir sind Boss des Top-Ed-Plans. Und sind alleine ohne... Three days of the leading complex. Und ohne an Eros ausgebrochen. Oh. Oh nein. Oh nein. Ellie. Ich habe gehört, dass der Typ, den ich helfe zu helfen habe, war der Leader des Top-Ed-Plans. Also habe ich mich ausgelöst und folgte ihn. Ich helfe ihm auf den Weg. Jetzt haben wir sie nicht auf unserer Seite. Was? Hast du keine Ehre? Keine Dignität? Aktionen wie diese tarnieren den Top-Ed-Name. Männer, ist das wirklich was wir aus einem Leader wollen? Er bergte in hier und hat Kontrolle des Top-Ed-Plans für sich selbst. Er ist nicht wert, um unser Leader zu sein. Er ist nicht wert. Er ist nicht wert. Er ist nicht wert. Wer ist mit mir? Warum machen wir das? Ich dachte, dass Henry ein ziemlich guter Leader war. Ja, du weißt. Das macht wirklich keine Loyalität. Henry! Du bist hier von deinem Position als Leader des Top-Ed-Plans. Ich möchte diese Hand. Schaufe, oder ich werde dich schaunen. Okay. Schaufe Stats? Nein, bitte. Um zu vergeben zu bitten. Legeopter Heiz. Oder die Kettensege ... Kettensege, ich sage. Okay. Helicopter Root, sage ich. Das hat geklappt. Mein Künstler, Dave, Toppy. Mario, meine Odyssee. Toppy. Was hast du mit Henry gemacht? Dann der Mindkristall. Simms. Shaloub! War du? Simms. Simms Sprache. Oh Gott. Was? Ja, Dave, we got this. Good teamwork. Thanks Henry. It's not right what they did to you. The denouncement ceremony has been completed. Henry is no longer the leader of the Topped clan. Oh no. How do you want to proceed, boss? I got a few ideas. The loot chance... The loot... The loot... The loot... The loot is... And then some pies. That's a surprise at midnight. Nacht. Haha. Ah, das ist wie Gold. Bei guten Enden. Mission-Complete, Fragezeichen. Was war das? Was jetzt, Boss? Sieht so, als ob wir uns selbst sind. Tja. Das ist ein Top-Heads für ein wahrer Film. Top-Heads gegen Top-Heads. So. Wir bitten um Vergebung. Wir legen einen Sprecher-Stand an und machen es nochmal. Hm. Wir haben noch etwas zu machen. Gute Chance. Hm. Wir haben jetzt gut und böse ausprobiert. Was ist, wenn wir jetzt mit... Wir haben noch nicht alle Lösungen. Das hier und Eddie. Wir haben noch etwas zu machen. Okay. Okay. Ich hoffe, dass wir uns mit uns jetzt mit uns mit ihnen haben. Wir sind jetzt auf den Weg. Was? Hang on! Okay. 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 Ein Seil. Mit... Flügeln. Okay. Controller und RPG. Okay. Seil und... Flügel. Ich sage nicht, dass das geklappt hat. Zeitmaschine, ein Bug, und, ähm, Verschwindungs-Kid. Zeitmaschine. Zeitmaschine. Zwei Jahre. Oh nein. Ich habe den Teufel. Ich habe den Teufel. Du bist gut? Okay, gehen wir weiter. Die Rokette ist in der Nähe. 2. Als wir nach dem Topf dieser Stauern kommen, werden wir die Brücke und sind auf der Rokette. Hoffentlich wird die Topac-Klan mit uns befreien. Dad, sie sind hier, auf der Brücke. Öffne Feuer. Roger, warte. Nein! Ich habe den Tränen. Ich habe den Tränen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich habe den Tränen. Oh nein. Oh nein. Ah, der ist gut. Er ist gut. Oh, Mario. Oh nein. Hold it. You're not Top Eds. No, 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 no. We're here to join you. We're wanted, just like all of you. Wait, you're the guy that stole our ruby. We do have some skills. We'll let you join, as long as you return the ruby. Don't move. Those two belong to me. You are coming with us. Yeah, this is Charles. Falling up on that disturbance we saw at the bridge. Yeah, turns out the Top Ed leaders are here. Wait, is that Henry? 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 Come on, help me take down the Top Eds. What do we do? Oh, how? The government, where the Top Eds came? Or at all? Uh... At all? Five, four, three, two, one. No, that's for nothing. In the world around we're on the ass. So, uh... Uh... The role, so for the prison guards... Uh... 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 Wenn das ein Self-Hafen ... zurück in die Rollen ... mein Geist ... Ok, Government oder Torpets. Torpets, klar. 2, 1 ... Wow, ich kann nicht glauben, dass das funktioniert. Oh nein. Du hast alles aus mir genommen genommen. Meine Rehabilitation ist verabschiedet. Jetzt werde ich dich verabschieden. Du! Jeder, ich möchte unsere neuen Mitglieder willkommen willkommen. Sie zeigen wirklich ihre Guster, wenn es umgekehrt wurde. Auch, sie verabschieden, dass sie den Rubik zurückgegeben haben. Okay. So, hier haben wir noch ein Ending. Controller mit Flügel haben wir noch erst probiert. Ja. Cropped. Tick. Oh nein. Oh nein. So. Spiegel wieder. Alles ist verabschiedet. Fisch ... mehr als. So, haben wir das abgeschlossen, haben wir das Ending, so ein Ending mit Ending haben wir noch nicht, das Bounty Hunter, das wollen wir noch machen, den Rest werde ich privat machen, außerhalb der Aufnahme, das selbst mal gespielt zu haben, aber, ja, für die Aufnahme, so ist das dann gewesen sein, mal gut gesehen, du musst da selbst mal spielen. Oh. Ich weiß nicht über dich, aber ich stehe ziemlich hoch auf Geld. Great, ich werde in Kontakt mit meinen Kontakten und herausfinden, wo sie sind. Diese Tracks sollten uns direkt zu der secreten Top App-Base führen. Wir können sogar finden... Das ist es, der Transport-Train. Ich denke, es sollte sein... Da ist es, der Geldkarte. Ich bin ziemlich sicher, dass diese Karte all die Geld, die haben gemessen. Warum markiert man den? Hier ist unser Geld, eh? Lachen wir es zu ihm. Hey, du hörst du das? Markiert man jetzt, ob die so ernt? Das ist nicht. Jetzt kommt der Panzer. Schwerter mit Schwertern, bis ich... Schwerter mit Schwertern, bis ich... ...zauberst. 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 Nice shot! Stop the train! Oh, the train's in trouble. I can't stop it! I'm on the way. ...zauberst. ...zauberst. Bluton Force Lift Äh, das ist eine Attachung Ja Ja Schillbones, Wundupum, 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 Wundupum Ja, und was ist das Problem? Ja, Schraubchen, Boss Es scheint, wir sind aus der Gefahrzone. Das sollte den Trick machen. Mission complete. Auch ein Ending. Capital Games Okay Ja, wir sind in der Klasse. Wundup. Wundup. Jetzt werden wir wieder hier Das ist eine Among Us Hier müssen wir aber erstmal Das haben wir noch nicht gemacht Selbstverkappen Forstlift Das kommt auch wieder runter Okay, hier Stell bei uns Okay Ja, dann haben wir hier Die Endings gemacht Also mein Endings Ending Bis jetzt Ist, muss ich sagen Das Top Heads Ending Mit dem Dass das Henry mit Mit Eddy zusammen Top Heads Chef Das war jetzt nicht ganz so zufriedenstellend Mit dem Ja, ich weiß nicht Das Ende Das Ende Ich glaube das war es hier Können wir es nochmal sehen Das Ende Finde ich großartig Finde ich großartig Damit können wir den Das lange Netz Das jetzt ja nicht mehr abschließen Den Rest könnt ihr euch privat Können Werde ich mich privat Mir privat reinziehen Habt ihr auch noch was zu sehen Wenn der Spiegel nicht kauft Und ich denke, ich bin eine bessere Person die uns zu führen Mit der Station in Orbit Wir konnten irgendwelchen Platz auf der Erde mit Ease Ellie wurde offiziell in der Top Heads Klan Und die Rang 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 Das andere Ending Wo sie dann als Recruiter Nimm waren War auch ganz toll Was mit dem Ending Ob das geht Es gibt mehrere gute Endings Aber ich finde das hier Ja Nicht schlecht Kann man so machen Ja, danke fürs Zuschauen Wir sehen uns beim nächsten Letzt Test Wieder Das werde ich hier in mehrere Teile unterteilen Aber Ja Das soll es jetzt gewesen sein Mit Der Henry Stigman Collection Dann fürs Zuschauen Heute noch einen Tag Oder eine Schauen Schau